Ich bin Joe Mokr, das ist mein Name. Wir sind seit 15 Jahren, das heisst 16 Jahre, in dieser Bäckerei Mokr. Sicher hat sich die Zeit geändert. Man passt in unseren Konsumenten ein, man muss. Es hat sich brutal viel geändert. Aber es ist eine Herausforderung und es ist spannend. Ich würde sagen, das wird zwischen 700 und 1000 Sachen. Also, alles was backen ist, respektive was brotig ist, nicht süss, landet im Sack. Das können wir nachher noch anschauen. Im Sack mit meinem älter Bruder hat einen Bauernhof. Da kommt also der Kürzgut. Der Kürzgut ist gut. Der Essay landet schlussendlich, hauptsächlich zu 99,9% beim Personal. Die bei uns arbeiten, die nicht am anderen Tag, das mitnehmen. Meine Familie, meine Geschwister, meine Familie. So wird das verteilt. Als Faktor. Eine Stille. Eine Stille. Die Gäste. Die Gäste ist gut, dass du besезжern. Untertitelung des ZDF, 2020